30. Mai 2020 Aber auf Gewerkschafter ist doch Verlass. Ein Jörg Reicher, wertiger Wirtschaftssekretär mit einem Monatseinkommen von über 5000 Euro plus 13. und 14. Gehalt, weigert sich für zurückhaltende Honorarauszahlungen für von Regierungskurs abweichende Journalisten einzutreten und will stattdessen bei uns Presseausweise einkassieren. Meine Güte, 5000 Euro plus 13. und 14. Gehalt, unglaublich, und Presseausweise einkassieren, Schweinerei. Anselm, bitte schreibt weiter, schön, fleißig. Wir lieben eure Zeitung.